Heute geht es um S-I-O, SEO. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 der Online-Geister aus dem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Und wir kommen gleich zum Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Und wie immer unsere drei Hinweise, wir geben hier einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com, socialmedia-statistik.de und der der Seminar Mediathek. Sehr wenig Vorgeplänkel für ein Wort, was von dem wahrscheinlich gar nicht so viele Leute gehört. Haben oder ein Begriff, S-I-O. Das steht für Search Engine Optimization. Und damit werden wir jetzt gerade vielleicht der letzten paar Folgen ziemlich technisch, finde ich. Ja, es wird eine echt nördige Folge. Da auch gleich viel Unterschied. Wir haben da eine Statistik, also Quelle bei Social Media Today, Originalquelle bei denen, muss ich gerade nochmal scrollen, das war bei Fractal gewesen. Also ein Fractal Survey. Wir haben es jedenfalls bei uns jetzt unter socialmedia-statistik.de einsortiert und gefunden für die Ansichten. Und ja, lange Redekurse sind, SEO kennt man das überhaupt? Da machen sich ziemliche Wunden auf zwischen Business- und Non-Business-Owners, also zwischen Geschäfts- und Nicht-Geschäftsleuten. Ja, bei den Business-Ownern sind über die Hälfte der Befragten zumindest Mostly-Familier, sehr vertraut. Oder größtenteils vertraut. Größtenteils vertraut, genau. Also 29 Mostly, 25 Very-Familier, also deutlich mehr als die Hälfte. Und dann nochmal 20 Prozent Somewhat-Familier, so ein bisschen vertraut. Und nur knapp 10 Prozent überhaupt nicht vertraut. Die kennen das gar nicht. Genau, also die große Mehrheit, sagen wir mal so locker drei von vier Leuten, die Geschäftsleute sind, die Unternehmerinnen sind, die kennen den Begriff, können damit was anfangen. Bei den Nicht-Geschäftsleuten, Nicht-Unternehmensleuten, da ist jetzt die Frage, wie das untergliedert wird unbedingt. Aber da sind wir bei fast 30 Prozent, die es überhaupt nicht kennen, beziehungsweise auch etwa 30 Prozent, die es halt irgendwie schon mal gehört haben. Ja, also fast schon andersrum im Gegensatz zu den Business-Ownern. Schreibt uns nochmal, in Kommentaren haben wir nicht, aber auf Twitter haben. Ja, also online-gäste.com. Stimmt, online-gäste.com, da gibt es Kommentare. Unsere Blogartikel, da gibt es Kommentarfunktionen. Da schreibt noch niemand. Ja, sei der Erste, der uns unter den Kommentar schreibt. Das hilft unserem SEO. Wisst ihr, macht jetzt Pause, wenn ihr auf der Internetseite hört und schreibt rein, wisst ihr, was SEO ist. SEO, Search Engine Optimization, Suchmaschinen Optimierung. Wenn man die Abkürzung kennt, weiß, wofür sie steht, kann man vielleicht schon ungefähr wissen, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube, es ist nochmal in der ganzen Ecke komplexer, als einfach nur, ja, wir optimieren, dass wir gefunden werden. Genau, deswegen, ich nehme jetzt mal eine Seite aus dem Buch von der Feuerzeigen-Burli. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Also, was ist ein SEO an sich überhaupt? Erstmal grob kann man SEO und SEA bei SEM unterordnen. Soweit alles klar. Und mal SEO, Search Engine Optimization, SEA, Search Engine Algorithm? Nee. Also, wir SEOs, wir lieben unsere Abkürzungen offensichtlich, also SEM, Search Engine Marketing. Okay. Also, das wäre einfach diese spezielle Marketingform, die sich halt eben mit den Suchergebnissen bei Suchmaschinen auseinandersetzt. Und das lässt sich halt eben unterteilen in SEO, die Search Engine Optimization, wo es darum geht, organische Suchergebnisse zu pushen. Und Search Engine Advertising, SEA, wo es einfach bezahlte Werbung ist. Du kriegst Google Geld und tauchst ganz oben unsere Ergebnisse auf, weil du Geld gegeben hast. Genau. Nicht nur Google, aber vor allem Google. Wie ist der Marktanteil von Google an Suchmaschinen? Wie viel? 90 Prozent? Ja. Was meinst du? 97, 98? Ja, das ist sogar sehr gut geschätzt. Okay. Also, jetzt natürlich für den deutschen Sprachraum, also speziell Deutschland jetzt, angeschaut. Also, es gibt verschiedene statistische Äußerungen. Also, da habe ich zum Beispiel Daten bei der World Wide Web Foundation gefunden, wo man auch solche Übersichten mitbekommt, etc. pp. Verlinken wir euch alles in den Shownotes, die Quellen. Und da ist die Quellenlage so, dass gesagt wird, Google hat Marktanteil von irgendwas um die 95 Prozent. Aber es tauchen auch andere Suchmaschinen auf, die mit dem Google-Algorithmus arbeiten. Also, weltweit gibt es nämlich noch vier echte Suchmaschinen, die überhaupt eine Relevanz haben. Alle anderen Suchmaschinen, die so existieren, spielen entweder überhaupt keine Rolle rein statistisch oder sind eben keine echten Suchmaschinen, sondern sogenannte Meta-Suchmaschinen. Einfach ein anderes Interface für Google-Algorithmus. Na, beziehungsweise die haben halt eben keine eigene Datenbank. Also, der sogenannte Index an der Stelle ist halt einfach diese zentrale Datenbank. Man kann es von mir jetzt auch gerne Algorithmus nennen oder wie auch immer. Aber der Algorithmus ist ja nur die Art und Weise, wie gesucht wird. Die Datenbanken sind ja die Informationen, aus denen herausgesucht wird. Also, es gibt vier verschiedene Datenbanken, aber dann eventuell noch mal andere Algorithmen, die diese Ergebnisse bestimmen. Ne, so kompliziert muss das gar nicht denken. Es gibt genau, also es gibt ja eben vier Organisationen mit ihren Indizes, beziehungsweise ihren Algorithmen, die halt auch eine Rolle spielen. Bing? Ja. DuckDuckGo? Nein. Ist das ein eigenes Ding? Nein, nicht westliche Weltdenken. Globaldenken. Soll ich auch lösen? Irgendwas aus China? Ja. Baidu aus China. Ah, da haben wir auch schon ein wenig. Und Yandex aus Russland. Ah, ja, klar. Das sind die, also zusammen mit Google und Bing sind Yandex und Baidu weltweit die einzigen vier noch echten Suchmaschinen. Also die halt wirklich sich die Mühe machen, das gesamte Internet zu crawlen, wie sich das fachsprachlich nennt. Also halt eben mit entsprechend automatisierten Programmen, sogenannte Crawler oder Bots an der Stelle, dass die halt eben regelmäßig bestimmte Webseiten aufrufen, quasi eine Art Screenshot von machen, das bei sich in der Datenbank abspeichern. Weil ja auch aktuelle Ergebnisse angezeigt werden müssen. Eine Webseite bleibt ja nicht statisch in der Regel, die wird ja immer mal wieder aktualisiert, weil es zum Beispiel neue Beiträge kommen. So ein Crawler rumschicken. Genau. Manchmal wird das mehrmals täglich gemacht, kommt immer auf die Webseite an, manchmal nur alle paar Wochen oder Monate, je nachdem wie häufig auf der Webseite sich was tut, Schrägstrich, wie beliebt die Webseite auch ist, was jetzt Aufrufzahlen angeht. Die Wikipedia beispielsweise wird mehrmals täglich aufgerufen, aber nicht alle Teile der Wikipedia. Das kommt dann immer sehr stark auf die Unterbereiche bei der Wikipedia an. Aber das wird dann schon sehr, sehr technisch. Zusammenfassung jedenfalls. Vier, normalerweise ist das alles Unternehmen, die gibt es weltweit noch, die halt echte Suchmaschinen betreiben. Und du hast es schon Dr. Go genannt. Es gibt ja auch Yahoo, Ecosia und vergleichbare Anbieter. Die sind irrelevant oder benutzen die eine von denen? Die sind entweder statistisch irrelevant oder haben halt, wenn sie einen eigenen Suchalgorithmus verwenden, Dr. Go tut das zum Beispiel. Die sind aber halt eben statistisch, sind die im Bereich 0,0% Marktanteil. Also in Deutschland zum Beispiel hat Dr. Go wirklich 0,0% Marktanteil. Und das hat eben der größte Konkurrenz von Google mit seinen so 95 bis 98 Prozent, ist halt eben Bing von Microsoft mit 3 bis 5 Prozent. Wenn das Standardsuchmaschine im Edge-Browser ist und die paar Leute, die sich nicht die Mühe machen, einen anderen Browser zu installieren, haben halt Edge mit Bing. Genau. Und daneben gibt es zwar noch einige weitere, wie zum Beispiel Ecosia oder Yahoo, aber die zählen effektiv zu Bing mit dazu, weil die halt eben als Suchgrundlage die Bing-Engine verwenden. Ach, ich dachte, Ecosia benutzt Google-Grundlage. Nee, das wollte, also hatte man mal am Anfang ganz kurz, aber dann hat Google sich dagegen irgendwie gesträubt und dann ist halt eben Ecosia zu Microsoft rübergegangen. Die haben zwar jetzt auch angefangen, ihre Suchergebnisse, weil Ecosia sich ja als eine nachhaltige Suchmaschine auch vermarktet, haben zwar angefangen, ihre Suchergebnisse anzupassen und zu verändern. Also halt eben eher so auf nachhaltige grüne Suchergebnisse anzupassen und zu verändern, aber schlussendlich sind halt eben die Grundlagen der Suchergebnisse weiterhin alles das, was halt eben Bing an Datenbank hat. Also Ecosia hat keine eigene Suchergebnis-Datenbank. Die kriegen alle ihre Informationen von Bing. Auch Yahoo, die waren ja in den 90ern das Synonym für Suchmaschine gewesen. Die haben seit Jahren auch keinen eigenen Algorithmus mehr, keinen eigenen Index mehr. Die kriegen auch alle Ergebnisse von Bing. Also Yahoo ist einfach nur ein aufgemotztes Bing, könnte man sagen. Okay, aber wie kommt es jetzt, dass Bing so eine andere Datenbank hat als Google und wie kann man es schaffen, besser in diese Datenbank reinzukommen, weil die bilden ja einfach nur das Internet ab, wie es ist oder nicht? Ja, nein. Es kommt aber so ein bisschen darauf an, wie halt gesucht wird. Das ist ja auch in der Realität so, ob du jetzt, ich weiß nicht, mit einer bestimmten Art und Weise, wenn du jetzt keinen Shoppen gehen möchtest und nach irgendwelchen bestimmten Lebensmitteln sowas suchst. Oder das ist ja auch vielleicht etwas total chaotisches System oder du läufst die Gänge alle von vorne nach hinten Reihe ab oder von links nach rechts in Reihe ab. Das ist ja dein Suchsystem, wie du vorgehst, wenn du was finden möchtest, aber keine Ahnung hast, wo es ist. Und genauso gehen halt eben auch die Suchmaschinen unterschiedlich vor und geben deswegen halt auch unterschiedliche Suchergebnisse mit raus. Das hat vor allem den großen Hintergrund bei Google und bei Microsoft an der Stelle. Warum? Die beiden hat eben Konkurrenten Sinn schlicht und ergreifend, weil Dominanz im Internet. Also Yandex spielt eigentlich nur in Russland wirklich eine große Rolle oder hat eben so bei slavischsprachigen Bevölkerungsschichten, da hat es eine gewisse Relevanz. Baidu hat vor allem ein Festland China, weil dort halt eben durch die Great Firewall, ich verweise da auf unsere China-Episode, die wir schon mal produziert haben, da wird ja alles zensiert, was nach China reinkommt. Und Google hatte mal unter dem Namen Dragonfly ein paar Jahre dort eine Suchmaschine betrieben, aber das auch irgendwann einfach eingestellt, weil es sich schlicht nicht gelohnt hat. Denn es ist ein Schweineaufwand, so einen Index zu betreiben. Du hast ja im Grunde ähnlich wie, du kennst das vielleicht bei dir aus dem Studium mit der Korpuslinguistik, Corpora, solche Datenbanken sind das ja auch bloß. Das ist was quasi, aber da gibt es auch eine Person, die entscheidet, das ist mit bei uns, also oder es ist zu lang her. Also das Korpus ist einfach nur eine Sammlung von diversen Quellen, die jetzt zum Beispiel bei der Linguistik einfach dann durchgesucht werden können, wenn es zum Beispiel um Bedeutungsbegrifflichkeiten geht oder sowas. Also halt eben welches Wort hat was für eine Bedeutung, wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte vielleicht verändert. Das Wort benutzt, okay, genau, und da greift man halt die Datenbank zu und das entscheiden dann wiederum Personen, was man damit reinnimmt, was nicht. Das Werk ist irrelevant, das fliegt raus. Genau, und nach demselben System arbeitet halt eben auch Google, beziehungsweise arbeitet Bing. Warum, wie gesagt, es diese beiden Suchmaschinen gibt, schlicht und einfach Konkurrenzverhältnisse. Punkt aus, also mehr Hintergrund hat das nicht. Das hat halt immer noch die Haupthoheit, was Personal Computers angeht. Das sind die meisten halt einfach Windows-PCs. Genau, und seit dem Einbau von ChatGPT durch so eine API bei der Bing-Suche, da hat ja auch Bing wirklich so an Bedeutung nochmal ein bisschen gewonnen. Es ist zumindest stärker jetzt in eine Diskussion jetzt reingekommen wieder. Also es hat auch so diesen Hintergrund, denn Bing selbst ist nämlich ein defizitäres Geschäft für Microsoft. Die verlieren damit Geld. Microsoft macht mit Bing keinen Gewinn. Die müssen das querfinanzieren mit anderen Geschäftsbereichen. Aber sie haben sich halt eben seit 2009, wo Bing an den Start gegangen ist, halt gesagt, ja, wir haben dadurch aber eine Alternative zu Google. Und wenn halt eben Google irgendwann strauchelt oder irgendwelche Gesetze kommen, die die Marktmacht beschneiden, immerhin hat jetzt vor kurzem auch unser Bundeskartellanmal kapiert, Google, übrigens auch Microsoft jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt, könnte vielleicht eine marktbeherrschende Stellung einnehmen in gewissen Bereichen. Das sollten wir uns mal anschauen. Denn wie gesagt, 98% Marktmacht, also ja, wenn das kein Monopol ist, dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Da müsste man super streng sagen, erst mal 100% ist ein Monopol, du darfst noch 2% die Konkurrenz machen. Und faktisch eigentlich nicht. Ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das sind ja schon wieder Wirtschaftspolitik in der Fall. Also, wir reden ja über CEO. SEO. Stimmt, CEO war der mit SEO. Das war der, der CEO ist der Geschäftsführer eines Unternehmens auf Englisch. Church Engine Optimization. Die Kirchenmaschinen, egal. Das gibt es teilweise auch, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also, es gibt Leute, die entscheiden, was man treten, was ist relevant oder eben Algorithmus in dem Fall bei Google in die Datenbank. Und SEO ist jetzt quasi die Vorgehensweise, wie wird man eher in die Datenbank aufgenommen und wie landet man am Ende bei den Suchergebnissen möglichst weit oben. Weil, jetzt gibt es den Running Gag, wenn du auf Seite 2 der Google Suchergebnisse bist, existierst du nicht. Keiner klickt auf Seite 2. Du hast Seite 1 aus den Ergebnissen, wenn da ist dabei, ist Pech gehabt. Genau, also wenn wir es einfach erstmal von der Definition zusammenfassen müssen. Also, in Deutschland reden wir sowieso bloß von Google. Also, Deutschland ist Google-Land. Das ist definitiv die große Suchmaschine. Das ist für uns dadurch schon mal ein bisschen einfacher als SEO. Das ist auch gleichzeitig die Berufsbezeichnung. Du bist dann eben Search Engine Optimizer drin und arbeitest halt bei der Search Engine Optimization. Also, SEO ist die Tätigkeit und die Person, die diese Tätigkeit ausführt. Der CEO sagt dem SEO, was er machen soll. Sozusagen, genau. Und der SEO hat halt in Deutschland auf jeden Fall den Vorteil, wir müssen uns effektiv nur mit Google auseinandersetzen. Und SEO oder eben Suchmaschinen Optimierung heißt einfach nur eben sexy für Google sein. Dass wir halt eben mit unseren Inhalten, die wir auf unserer Webseite oder sonstigen Webseite-ähnlichen Plattformen, das kann auch ein Forum, eine Mediathek, sonst was sein, dass wir da halt einfach relevant, wichtig und attraktiv genug sind, um halt eben auf der ersten Suchergebnisseite zu landen und Punkt aus. Ja, nicht über eine Suchmaschine, aber über einen Algorithmus gefunden, habe ich die Band Disco Ensemble. Und die haben aus dem Thema vom beliebten deutschen Film Das Boot ein eigenes Lied geschrieben und auch einfach nur genannt Das Boot. Das Boot von der Band Disco Ensemble und noch in dieser kurzen Musikunterbrechung sind wir zurück bei Radio Korax und bei Online-Geistern. Unser Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. SEO, Suchmaschinen-Optimierung. Wir haben einen kurzen Einstieg in Suchmaschinen gegeben in der ersten Hälfte und jetzt wollen wir genauer daran einsteigen, wie man die eigentlich optimieren kann, was es denn da zu optimieren gibt. Manchen Folgen haben wir den Experten uns eingeladen und interviewt, die sehr viel zu erzählen hatten. In den meisten anderen Fällen liest Christian sich irgendwas an und kann das dann möglichst gut wiedergeben. Aber heute hast du ja wirklich sehr viel Erfahrung an sich mit SEO. Du berätst das Unternehmen und das ist eigentlich die Sache, die Unternehmen hauptsächlich haben wollen, bei Google auf Platz 1 landen. Ich bin auch als Hochschulduzent seit mehreren Jahren auch in dem Bereich mit unterwegs. Erst im Sommersemester zum Beispiel erst wieder zwei Seminare zum Thema sind in Planung. Einmal ganz klassisch SEO und einmal im Kontext von Website-Lokalisierung, also was halt eben verschiedene Sprachen und Anpassungen und sowas mit angeht. Denn im Grundlegenden ist SEO halt eben wirklich die Anpassung einer Webseite. Und da meine ich wirklich diesen Begriff Webseite im ganz allgemeinen Sinne. Denn rein technisch ist ja Facebook früher auch nur eine Webseite gewesen, dieses Sozialnetzwerks, einfach nur eine WWW-Adresse. Und WWW-Adressen können indexiert sein, sprich die können den Bots bei den Suchmaschinen sagen, hier, schau dir alles an, was ich auf meiner Webseite habe, alle Unterseiten, viel Spaß. Dass ich dann halt eben mit den Inhalten gut platziert werde, auch im Social-Media-Bereich. Pinterest macht das, Twitter macht das. Die sind komplett Suchmaschinen indexiert. Das heißt, ich kann einen einzelnen Tweet auch bei Google finden, wenn das halt eben das relevanteste Ergebnis ist. Andere Webseiten, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, die gehören auch dazu, die sperren die Suchmaschinen größtenteils aus, weil sie halt eben selbst eine Konkurrenz zu den Suchmaschinen sein möchten. Ob das immer klappt oder nicht, das ist jetzt ein anderer Punkt, aber das ist dann Firmenpolitik. Ah, die werden dann da nicht gefunden. Ja, auf jeden Fall gefunden werden will. Also, was mir zuerst einfällt, sind Online-Shops, da wir sehr spezifisch werden können, die natürlich hauptsächlich Geld verdienen, wenn jemand die Produkte online sucht und auf diesen Shop stößt. Da gibt es auch Studierenden-Jobs. Ich bin auf einen gestoßen, ey, wie kann ich mit meinem Sprachstudium Geld verdienen? Die wollten dann hier, ist eine Industriefritöse, schreibt mit einem Werbetext dafür, in dem fünfmal das Wort Pommes vorkommt, dreimal das Wort Fritteuse, heißes Fett, Sauberkeit, ich weiß es nicht mehr, das ist ewig her. Ja, und am besten auch in einer bestimmten Reihenfolge. Genau, in einer bestimmten Reihenfolge, denn dann macht der Text was her. Und sonst stehen auch viele Texte, wenn du auf irgendeinen Online-Shop guckst. Die Beschreibungstexte für die Artikel oder für den Shop, die sind alle so geschrieben, dass da zehnmal das Wort Uhr drinsteht, bequeme, schicke, super Uhr für Uhrenshop.com oder so. Okay, darf ich das noch in der Sendung sagen, dass das total Bullshit ist heutzutage? Du darfst hier alles sagen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Prinzipiell ja, stimmt es schon, wenn ich natürlich unter einem bestimmten Schlagwort, da sind wir bei den Keywords, was einfach nur Schlagworte sind. Ich meine, wenn ich bei einer Suchmaschine, und das ist ja vor allem Google, irgendwas eintippe, dann sind es ja einfach erstmal irgendwelche Schlagworte. Es sei denn, ich benutze die Sprachassistenten, dann formuliere ich ja schon ein bisschen anders. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Update bei Google vor ein paar Jahren gewesen, als die ganzen Sprachassistenten groß aufkamen, weil wir anders sprechen, als wir schreiben im Regelfall. Ja, sowieso. Nicht zu irgendwas irgendwas suche, was einen Wikipedia-Eintrag hat. Genau, die Wikipedia ist auch ein gutes Beispiel für so einen, ich sage immer gerne Goldstandard, was halt eben Suchmaschinenoptimierung angeht, weil die Wikipedia unfreiwillig seit über 20 Jahren Suchmaschinenoptimierung betreibt. Dadurch, dass sie halt eben ein Lexikon sein wollen im Online-Bereich, ist ja die Logik was eigentlich? Man hat halt eben einen Eintrag zu einem bestimmten Thema, also sprich eine einzelne Seite. Das wäre dann im SEO-Sprech eine sogenannte Landingpage, wenn ich halt eben nach meiner Suche auf dieser Seite lande, Landingpage, also wortwörtlich zu sehen, dann habe ich halt eben zu einem bestimmten Thema was gesucht, sei das jetzt, ich weiß nicht, der Zitronensortzyklus in der Biologie, Fürst Franz irgendwas oder welches Thema auch immer oder ein Backrezept. Da kommt ja nicht immer die Wikipedia zu aller oberster Stelle. In Backrezepten kommt es heftig. Genau, und die haben sich ja genauso SEO-optimiert, weil ich halt eben alle relevanten Punkte zu einem Thema möglichst, also erstmal möglichst viel gesammelt haben und natürlich auch möglichst konkret gesammelt haben. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wie backe ich Teig, äh, wie stelle ich Teig her? Dann geht es ja nicht nur um Teig an sich, sondern es ist meistens speziell, sei es ein Hefeteig, ein Roggenmischteig, ein Sauerteig, was weiß ich nicht. Ein Blätterteig. Genau, also hat eben eine bestimmte Art, gleich ein Untertyp an der Stelle. Denn das ist nämlich gleich der nächste Punkt, eine Authority-Site in sowas ganz Allgemeinem zu werden, das hat häufig auch nicht den großen Nutzen. Es geht nämlich darum, in einem bestimmten Nischen-Segment eine Authority-Site zu werden. Also dass ich mir halt eben nicht sowas Allgemeines raussuche, wie halt eben Teig, sondern eben was Spezielleres, wie zum Beispiel Sauerteig. Das ist ja schon mal eine Spezialisierung. Oder dass ich jetzt halt eben nicht einen, zum Beispiel Blog aufmache zum Thema Neuseeland, sondern da konkurriere ich mit einem gesamten Land an der Stelle am Ende um die Suchergebnisplätze. Sondern dass ich halt eben das spezialisiere und halt eben eine Authority-Site werde, beispielsweise zum Thema Landschafts-Backpacking-Urlaub in Neuseeland oder irgendwas in diese Richtung. Das See in Neuland in Neuseeland. Also dass ich es halt eben spezialisiere und spezifiziere. Da muss man natürlich schauen, dass man sich nicht verskilt, also zu stark spezifiziert, aber ist mal so eine gewisse Schlagrichtung, ist auf jeden Fall gut, aber halt eben nicht zu allgemein, nicht zu speziell an der Stelle. Das ist mal wie bei der Evolution im Grunde, so Darwin das grüßen, ist das halt eben diese gute Ausrichtung an der Stelle. Warum ist zu spezifisch nicht gut? Wenn ich jetzt exakt Wanderweg-Beschreibungen in der Nähe diesen einen Berges in Neuseeland suche und das so eingebe, dann gibt es da einfach nichts. Oder wenn das da etwas gibt, was genau ein Blogtext, der genau diesen Wanderweg beschreibt, wird mir dann nicht angezeigt? Ist der zu spezifisch? Also wenn ich es zu stark spezifiziere, habe ich vielleicht einfach eine zu geringe Zielgruppe an der Stelle, die mich überhaupt interessiert. Denn wenn ich SEO betreibe, mache ich das meistens ja aus beruflichen Gründen. Das heißt, ich möchte ja, dass zum Beispiel mein Online-Shop gut gezeigt wird. Wenn ich jetzt halt eben zum Thema Backpacking-Urlaub in Neuseeland jetzt einen Blog betreibe, dann will ich vielleicht auch parallel in einem Shop irgendwelche Backpacking-Equipment-Sachen verkaufen. Und da kann ich halt eben schon das halt eben spezialisiert machen, zum Beispiel halt eben auf Backpacking-Reisen bezogen. Aber wenn ich es halt eben jetzt vielleicht wirklich nur für einen ganz bestimmten neuseeländischen Berg oder sowas mache, da gehen vielleicht wie viele Leute im Jahr hoch, die auch Deutsch sprechen und dann halt eben in meinem Shop irgendwelche Sachen kaufen. Also das meine ich halt eben, zu speziell bringt nichts zu allgemein, da ist einfach die Konkurrenz zu groß und zu speziell, da habe ich zu wenige Leute, die ich erreichen würde. Okay, Zielgruppenproblem. Nicht, dass es nicht gefunden wird, sondern es wird nicht oft gefunden, weil auch wenige Leute danach suchen. Genau. Aber wie gesagt, das ist dieser wirklich knallharte berufliche Fokus. Ich kann natürlich auch SEO-Privaten betreiben, wenn ich lustig drauf bin, aber es ist dann die Frage, wozu an der Stelle. Es ist ein Aufwand, mindestens ein zeitlicher und auch sonstiger Ressourcenaufwand. Das ist nicht gut, wenn mir Leute einen Blog anklicken. Ja, oder dann ist es ja auch schon irgendwo so ein zumindest berufsähnlicher Anspruch, den du dann eigentlich selbst hast. Also aber die Idee ist halt, das Ziel ist halt eben, Authority-Side zu werden. Das ist der Fachbegriff dafür. Also halt eben die große Autorität. Also wenn Leute Backpacking eingeben, in egal was für einen Kontext, dann tauchst du halt eben mit deinem Schlagwort auf. Oder ich in meinem Fall, wenn das Thema Datenschutz in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen aufploppt, dann sollte ich hoffentlich mit meiner Webseite auftauchen. Passt auch an vielen Stellen sehr gut. Also ich habe da auch für meinen Datenschutzbeauftragten schon auch sehr gut SEO-Optimierung betreiben können. Ihr könnt ja gerne mal Datenschutzbeauftragter Magdeburg, Datenschutzbeauftragter Dessau oder sowas eingeben. Da komme ich stellenweise schon vor den Stadtdatenschutzbeauftragten, also vor den offiziellen Begründen, die sich darum kümmern. Bei uns doch in Halle. Ja, aber ich habe halt eben auch dort eine Spezialisierung. Das wäre das einfach dann so ein Beispiel für SEO-Optimierung, halt eben Jobbeschreibung und Stadt. So wie Friseur Berlin, Anwalt München, was halt eben vermutlich von den Leuten eingegeben wird in der Suche. Und das ist dann nämlich der nächste Punkt, diese Keywords und die Keyword-Optimierung, also das sogenannte Targeting. Also einfach dieses eben Einschießen auf die Zielgruppe. Wer interessiert sich überhaupt für meine Themen und was machen die Leute dann da mit? Da gibt es auch drei grobe Kategorien an der Stelle. Bei den Keywords, das wären einmal informationale, navigationale und transaktionale Anfragen. Die Namen erklären es teilweise schon ein bisschen. Informational ist halt einfach nur, ich will was wissen und dann bin ich weg. Navigational, ich will irgendwo hin und dann bin ich weg. Und transaktional, das ist eigentlich für die meisten Unternehmen das Interessante. Da geht es um, ich will was kaufen. Transaktion. Genau, also eine Transaktion vollziehen, genau. Und da muss man eben auch schauen, wie man halt eben die eigene Webseite, die eigenen auch Unterseiten, wie gesagt, oder Forum, oder Shop, oder Mediathek, je nachdem, was es sein soll. Also jede Form von Webseite gilt an der Stelle. Worauf ich die halt eben optimiere. Also was ist halt eben das Ziel, was ich halt eben erreichen möchte? Bei, wie ist das mit Infonuts, ne? Wollen du was wissen möchtest? Ich habe mich schon wieder vergessen, die du eben genannt hast. Ich möchte was wissen. Informationale Anfrage. Informationale Anfrage. Da ist mir oft aufgefallen, dass Google dich gar nicht mehr, also schon auf Seiten lotst, aber ganz oft schon die Antwort direkt einfach hinschreibt, ohne Verlinkung, und dann noch verschiedene Folgefragen nochmal aufklappt. Dann nur mit Quellenangabe, das haben wir von der und der Seite. Aber dann, wenn du nur das eine wissen wolltest, gibt es das in Google, Google gibt dir die Antwort, dann warst du ja nicht auf der Seite. Ist das dann eventuell schon kontraproduktiv, wenn du als Seite deine Info direkt oben hinschreist, Google selber rauskopiert und den Leuten gibt? Und das wird seit mehreren Jahren auch schon sehr kontrovers bei uns in der Szene diskutiert. Das ist genau das gleiche Problem wie ChatGPT und sowas. Da haben wir auch vor 1, 2 Folgen special zu dem Thema gemacht. Die geben ja auch direkt die Antworten, also bislang war es ja so gewesen, Google ist ja eigentlich nur eine Art großes Verzeichnis. Du suchst irgendwas, kriegst Ergebnisse und rufst dann die Quellen der Ergebnisse auf. So ganz simpel wie früher irgendwelche Bücherei, Kartei, Kartensysteme. Und dann hast du jetzt halt eben immer mehr, die Antworten kommen direkt schon in dieser Engine, in dieser Maschine selbst, sei das jetzt Google oder sei das sowas wie ChatGPT oder halt eben die moderne Variante bei Bing mit dem Bot. Das ist sehr kontraproduktiv, weil dadurch, und das wurde auch jetzt schon ein paar Mal in der Szene diskutiert, halt eben diese Maschinen, diese Systeme, auch diese Unternehmen, die dann diese Ergebnisse zeigen, die graben sich damit die eigenen Quellen ab. Denn für uns SEOs, für uns Webseitenbetreiber, ist es ja nicht mehr attraktiv, halt eben eine Webseite zu erstellen, die ja sowieso nicht mehr aufgerufen wird. Und da gab es jetzt vor kurzem auch mal einen guten Vorschlag von Microsoft, die halt jetzt für ihre ChatGPT-Verknüpfung schon vorgeschlagen haben, man könne doch die Webseiten, die als Quelle genutzt worden sind, für diese Aussage, prozentual an entsprechenden Werbeeinnahmen beteiligen. Das wäre dann, also damit würdest du halt eben nicht den Ast absägen, auf dem du sitzt. Denn das ist das große Problem bei den Suchmaschinen, auch bei diesen KI-Systemen, dass die halt eben Quellen brauchen. Wir sind dann als Webseitenbetreiber diejenigen, die die Quellen liefern. Aber wir werden halt eben kein bisschen mehr erwähnt, denn unser Mehrwert war ja bislang immer gewesen, dass wir halt eben als eine Quelle auftauchen, dass wir geklickt werden. Teilweise, gerade wenn es um irgendwelche Verlage oder sowas geht, da wird ja auch wirklich Geld eingenommen, wenn so eine Webseite aufgerufen wird. Das sind dann so entsprechende Werbeeinnahmen oder auch sowas wie die VG Word beispielsweise. Das ist dann die Textschwester von der GEMA an der Stelle. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Das wird in der eigenen Folge füllen. Aber das ist so der eine Part. Oder in welchen Online-Shop wenn es Leute natürlich auf meine Webseite kommen, auf meinen Shop kommen und dort was kaufen sollen. Und wenn die das eben nicht mehr machen, ist es ja für mich nicht mehr attraktiv, das Ganze zu betreiben. Also da gibt es auch gerade einige Änderungen, einige Diskussionen, was sich vielleicht in Zukunft irgendwie entwickeln könnte. Ich habe jetzt sehr spezifisch das Info, ne? Informational? Informationale rausgesucht, weil das die eine Seite eben ist. Die andere Seite wäre, habe ich jetzt Online-Shop noch eine Chance, an Amazon ranzukommen zum Beispiel. Wenn ich irgendwas kaufen will, dann ist in der Regel Amazon das erste Ergebnis. Weil die einfach der Online-Shop schlechthin sind. Da kann man auch nicht mehr drum herumreden. Du kommst an Amazon nicht vorbei. Aber Amazon hat übrigens auch, als die in den 90ern gestartet haben, erst mal SEO betrieben, als dann die Suchmaschinen langsam relevant wurden. Und der Name Amazon an sich kommt. Nämlich auch daher, weil der nämlich mit A anfängt und in alphabetischen Listen dadurch halt immer sehr weit oben gewesen ist. Denn das war ja früher so gerade so 90ern, Anfang 2000er noch relativ häufig gewesen, dass du dann irgendwelche alphabetischen Listen teilweise hast mit verschiedensten Webseiten. Aber auch dann halt eben später, als sie so mit ihren Büchern, haben sie auch so Rezensionen geschrieben und etc. Also halt auch sehr viel Content, sehr viel eben Fleisch bei dir rücken. Ja, jetzt würde das guten Preis und Klick und gekauft. Genau, denn du brauchst eben schon auch einfach Inhalt an der Stelle, um relevant zu werden. Aber da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ja, genau. Nee, ich weite jetzt nur noch darauf hinaus. Lohnt es sich noch als Online-Shop, wenn du nicht sowieso super spezifisch bist? Also Amazon ist ja wirklich das Allgemeinste, was ein Online-Shop sein kann. Die haben fast alles, kannst du da eigentlich finden. Manchmal, wenn ich was relativ Spezifisches suche, dann komme ich irgendwo anders hin. Keine Ahnung, es gibt irgendwie Druckerpatronen.de, die bieten dann wirklich Druckerpatronen an. Dann lande ich vielleicht, wenn ich eingebe, Druckerpatronen in den Shop bei dir und nicht bei Amazon. Ja, oder bookspilliger.de oder sauer macht glücklich. Ja, genau. Das hat mir gerade eingefallen, weil ich jetzt den Karton aus... Egal. Und habe ich als nicht so spezifischer Shop noch eine Chance, mit guter SEO über Amazon rüberzukommen? Ja, hast du weiterhin. Deswegen hatte ich ja gemeint, mit Nischen-Webseite und dann eine Authority-Site darin wären, in diesem entsprechenden Nischen-Thema. Denn sowas wie Bücher verkaufen als einen Shop, das ist von Amazon seit Jahrzehnten inzwischen dominiert, aber halt eben entsprechende Nischen-Literatur anzubieten. Ich weiß nicht, sowas wie Cyberpunk-Romane oder sowas. Das ist ja schon ein Subgenre der Science-Fiction ja bereits, dass du halt eben sagst, okay, ich spezialisiere mich, Stichwort Fachbuchhandlungen, an der Stelle. Ich spezialisiere mich auf dieses Thema. Und das geht halt eben mit SEO weiter. Und da hat man online weiterhin komplett eine Chance. Weil ich hab Bock auf Cyberpunk-Literatur, Cyberpunk-Allen, dann taucht Cyberpunk-Bücher.com auf und nicht Amazon. Genau, beispielsweise. Das gibt es auf einer Seite ausgedacht. Nee, aber vielleicht gibt es die ja wirklich. Das ist immer so eine Sache. Also ich habe auch schon ein paar Webseiten mit erstellt gehabt, wo ich dann halt eben einfach nur solche allgemeinen Begriffe eingegeben habe. Denn es gibt immer auch irgendein Thema, was noch nicht besetzt ist. Aber deswegen meine ich halt eben mit Spezialisieren, aber nicht zu sehr Spezialisieren. Denn wenn das Thema irgendwann nicht mehr relevant ist... Nur Bücher von einem Autor. Beispielsweise. Rolling-Sachen nur verlege und dann gab es halt seit verschiedenen Jahren... Genau, da gibt es seit verschiedenen Jahren auch durchaus kontroverse Diskussionen über diese Autoren. Dann habe ich jetzt vielleicht Probleme an der Stelle bekommen, weil keiner mehr meine Bücher kaufen möchte oder weil ich vielleicht jetzt auch ins Zentrum von sonst was mit reinkomme, etc. Aber das ist halt eben die grundlegende Idee. Also schon spezialisieren diese großen allgemeinen Themenblöcke, die sind seit Jahren abgegrast. Das sind groß internationale Konzerne, die setzen sich auf entsprechendes drauf und dominieren das Ganze dann. Aber halt eben so entsprechende kleinere Nischen. Das kann man sich wirklich so eben vorstellen wie in der Evolution. Das hat eben die großen Landzeuger oder sowas, die treten alles groß platt, aber halt eben so in den kleinen Nischen, wo die jetzt vielleicht nicht hinkommen mit ihren großen Mordern. Da kannst du dir auch gut überlegen. Die kleinen Nadeltiere, die sich durch die Ritzen... Genau, also für so ein geistiges Bild an der Stelle. Und irgendwann, wenn die Großen vielleicht mal ausgestorben sind, dann kannst du selbst auch größer werden, weil dann der Platz da ist. Ein größeres Gehirn entwickeln, Werkzeuge herstellen und die Beherrschen. Also diese Evolutionsmetapher trifft bei SEO wirklich auch sehr gut zu an der Stelle. Diese Logik ist da auf jeden Fall ehrlich. Also dann konkret deine Nische finden, die nicht zu spezifisch ist, aber auch nicht so wahnsinnig allgemein, dass du im Prinzip Amazon 2 werden willst. Aber dann reicht es dann auch schon quasi das Angebot zu haben an Informationen oder eben an Sachen, die du verkaufen möchtest und klare Schlagwörter. Also du musst jetzt nicht Cyberpunk 20 Mal auf der Seite erwähnen, weil es reicht einmal Prominent und die paar Bücher, die man als Standardwerken aus Cyberpunk ansehen würde. Und wenn du mal einen Cyberpunk-Shop suchst, bleiben wir bei dir. Genau, aber das ist nur einer von vielen Faktoren. Also es gibt drei Schwerpunktbereiche, in denen sich SEO unterbinden lässt. Historisch eigentlich zwei. Ich habe dann mal so einen dritten aufgemacht vor ein paar Jahren. Denn neben On-Page und Off-Page finde ich persönlich die Semantik seit eigentlich über zehn Jahren inzwischen sehr, sehr wichtig. Also Kurzfassung, On-Page ist halt eben alles, was on the Page stattfindet, also sprich die ganze Optimierung auf deiner Webseite selbst. Der Text, den man liest, die Bilder, die angezeigt werden. Genau, aber auch Bildbeschreibungen, Alttexte und so weiter. Das wird dann schon sehr, sehr nerdig in der Tiefe gehen. Also gerne mal eins meiner sieben Nacht zum Beispiel besuchen. Da können wir uns tagelang mit auseinandersetzen. Aber in der Kurzfassung halt eben die ganze Optimierung, die ich auf der Webseite selbst machen kann, also wo ich selbst auch die Kontrolle drüber habe. Auf meiner eigenen Webseite kann ich ja machen, was ich möchte. Ich bin Gott in meiner kleinen Welt. Off-Page wäre dann eben Off-The-Page als zweite Kategorie. Also was vor allem zum Beispiel Backlinks angeht oder Erwähnungen angeht. Also wenn halt eben andere Webseiten mich verlinken. Auch wenn du andere Seiten verlinkst? Nein, das wäre wieder On-Page. Okay, also zugeschaltet, was du verlinkst, aber du kannst schauen, welche Seiten zu dir verlinken. Genau. Ich kann zwar schauen, aber vor allem soll die Suchmaschine natürlich schauen, dass ich halt möglichst von großen, bekannten Webseiten verlinkt werde oder halt eben von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Webseiten verlinkt werde. Das darf man sich gerne so ein bisschen wie so ein Straßennetz auch vorstellen, so Stichwort Infrastruktur. Wenn halt eben sehr, sehr viele Straßen irgendwo hinführen, dann wird es wahrscheinlich ein wichtiger Ort sein. Ja. Und genauso halt eben bei SEO. Wenn halt eben sehr, sehr viele dorthin verlinken, wird es vielleicht eine wichtige Webseite sein. Da wird nämlich einmal nach Quantität und auch nach Qualität von den Suchmaschinen mit geurteilt. Und das dritte, als dritte Kategorie habe ich jetzt gesagt, Semantik ist jetzt keine in dem Sinne offizielle Bezeichnung, maximal bei mir eine offizielle Bezeichnung. Denn seit 2013, da wurde damals der Google Zoo komplett gemacht, denn zu diesen entsprechenden Schwerpunkten bei On-Page gab es Google Panda, bei Off-Page gab es Google Penguin und beim Semantik-Bereich gab es Google Hummingbird als offizielle Updates der Suchmaschine. Denn auch die Google-Suche ist ja einfach nur eine Software, die muss ja gelegentlich auch aktualisiert werden. Gerade halt eben aus verschiedensten technischen Gründen. Und 2013 war da halt ein großer Paradigmenwechsel gewesen, wo dann halt eben gesagt wurde, okay, und jetzt achten wir halt eben auch auf Kontext, auf Aktualität, auf Beziehungen von Begriffen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Anfang des Jahres im Frühling Buchmesse eingebe bei der Suchmaschine oder einfach was Navigationals Buchmesse-Programm eingebe, dann bekomme ich eine andere Buchmesse angezeigt als im Herbst. Leipziger Buchmesse und Frankfurter Buchmesse. Aber wenn ich einfach nur Buchmesse-Programm eingebe, weiß die Suchmaschine ja prinzipiell nicht, was gemeint ist. Genauso was wie Bank kaufen. Das kann halt eben sein, ich möchte eine Sitzgelegenheit erwerben oder ein Finanzinstitut. Für die Suchmaschine ist das generell erstmal ein oder dasselbe Begriff. Es kann beides gemeint sein. Die Fragen sind einfach von der Häufigkeit, von der Wahrscheinlichkeit der Anfragen, wie viele Leute kaufen, ein Finanzinstitut, wie viele Leute kaufen eine Sitzgelegenheit. Ja, und da war halt eben 2013 dieser große Paradigmenwechsel gewesen, als Google dann auch beigebracht bekommen hat als ein Algorithmus, diesen Unterschied festzustellen. Und wodurch? Durch klassische Korpus-Linguistik. Hier also gewaltiger Vorteil für alle Germanisten und Linguisten in der Welt. Yeah. Haben wir doch das Richtige studiert. Und da ging es halt wirklich einfach um diese Begrifflichkeiten. Also halt eben, dass so ein Korpus aufgemacht wird. Deswegen ist nämlich auch Google News übrigens entstanden. Nicht etwa, weil Google plötzlich Nachrichten anzeigen möchte, haben, worüber halt eben über Nachrichten. Denn wie kann ich halt eben wissen, was die aktuelle Bedeutung eines Begriffes ist? Wie kann ich das besser wissen als über Nachrichten? Über entsprechend Zeitungen, Magazinen, etc. Dass ich einfach so einen Querschnitt mathematisch quasi bilde und dann schaue, okay, dieser Begriff hat aktuell folgende Bedeutung. Also befindet sich in einem sogenannten Wortfeld mit anderen Begriffen und wird halt eben wie folgt verstanden. Ich meine, das beste Beispiel sind ja vor allem Begriffe, die eine Änderung erfahren haben im Laufe der Jahre. Eben so etwas wie Corona. Das war ja vor 2020. Ein Bier. Ja, eine Biermarke oder ein Teil der Sonnenatmosphäre oder halt eben ein Teil des Auges gewesen. Ist es heute nach wie vor. Aber wenn du den Begriff eingibst, wirst du vor allem halt eben auf das Virus dieses Namens treffen. Genauso auch eben sowas wie zum Beispiel Querdenker. Das hat sich ja auch durch diese entsprechende Protestbewegung in der Bedeutung halt verändert. So wie diverse andere Begrifflichkeiten. Das passiert stets und ständig in der menschlichen Sprache, aber halt eben die Suchmaschinen, dass die das kapieren, das ist noch ein relativ Neuangelegenheit. Aber das ist dieser gesamte Semantik-Bereich. Natürlich definitiv nicht das letzte große Update. Da gab es noch viele, viele weitere, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Okay, dann haben wir jetzt einen ziemlich tiefen Umrüstung gegeben, finde ich, so SEO. Wir sind dich auf. Freue mich, wenn ich helfen konnte. Ja, also ich habe jetzt ein wirklich besseres Bild als Benutzer für Pommes, um eine Friturse zu bewerben. Das war es mit dem Thema. Onlinegeister, Thema der Sendung. Heute ging es um SEO, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Genau, Shownotes, Infografiken und alle aktuellen Entwicklungen zum Thema gibt es auch monatlich in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing unter onlinegeister.com schrägstrich Newsletter zu abonnieren. Alle Songs, soweit möglich aus der Reiterfolge, verlinke ich in der Spotify-Playlist. Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer, ganz speziell, Onlinegeister wird unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht, also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns vorher. Und dann verabschieden wir uns vom Thema.